Dienstagabend, zweiter Weihnachtstag. Nachdem es gestern noch stark geregnet hat, haben die Niederschläge jetzt aufgehört. Deiche werden weiterhin kontrolliert und wir sind jetzt hier am Jahnplatz, der genauso wie größere Teile des grünen Winkels überflutet ist. Das hängt mit dem hohen Pegel der Lippe zusammen und deswegen haben wir gestern Montagabend auch über Cell Broadcast einen Alarm ausgelöst und darauf hingewiesen, dass durch das steigende Grundwasser es dazu kommen kann, dass die Keller überflutet werden und wir die Lippstädterinnen Lippstädter gebeten haben, ihre Keller zu überprüfen. Diese Überprüfung sollten Sie auch bitte in den kommenden Tagen beibehalten, weil das Grundwasser weiterhin auf diesem hohen Niveau verharren wird und auch wenn es jetzt keine weiteren Niederschläge gibt und auch für die nächsten Tage keine weiteren Niederschläge angekündigt sind, ist noch so viel Wasser aus dem Oberlauf der Lippe, was auf Lippstadt zukommt, dass der Pegel nach wie vor hoch bleiben wird. Wir haben die Big Bags am Tivoli entfernt, um die Baustelle Stiftswehr damit zu entlasten und dafür zu sorgen, dass das Wasser ungestört durch Lippstadt durchfließen kann. Aber wie gesagt, der Pegel wird in den nächsten Tagen noch so bleiben und wir hoffen, dass die Niederschläge, die für das kommende Wochenende angekündigt sind, nicht zu stark sind. Eine sichere Lage, eine stabile Lage, weiterhin auf hohem Niveau. Ihnen einen schönen Abend.